Heute geht es um die Faux Calligraphy und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Händler-Dream-Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie du die Faux Calligraphy selber anwenden kannst, wie du damit wunderbare Schriften zauberst und warum das Ganze doch nicht so einfach ist, wie es immer von vielen Leuten dargestellt wird. Aber auch dafür gibt es Abhilfe und ich zeige dir die 1-2 passenden Tricks, die dafür sorgen, dass das Ganze dann doch wunderbar für dich funktioniert und du deinen ganz eigenen Stil mit der Faux Calligraphy umsetzen kannst. Faux Calligraphy bedeutet im Grundsatz erstmal nichts anderes als falsche Calligraphy. Auch wenn es insofern natürlich nicht richtig ist, denn falsch ist das Ganze nicht. Es ist einfach nur eine Technik, die die Calligraphy so ein bisschen imitiert. Und was genau passiert da? Wir wollen eigentlich mit normalen Stiften die Optik von so einem Brush Pen oder auch von einer Feder imitieren. Das heißt, diese typischen breiten Abstriche und die feinen Aufstriche, die wir in der Calligraphy häufig haben, die wir beim Brush Lettering haben, genau das wollen wir imitieren, aber eben nicht mit einem Stift mit so einer weichen, flexiblen Pinselspitze, sondern wir nehmen dazu einen Filzstift, der eben keine flexible Spitze hat oder auch einen Fineliner, für den das gleiche gilt oder auch einen Bleistift, einen Marker oder alles mögliche andere. Auch ein Kugelschreiber beispielsweise ist für diese Technik geeignet. Und das Schöne daran ist, wenn ihr das einmal beherrscht, könnt ihr mit der Faux Calligraphy alles mögliche beschriften, zum Beispiel eben nicht nur Papier, sondern auch Stein, Holz und alles mögliche, weil ihr nicht mehr darauf angewiesen seid, dass es eine flexible Brush Pen Spitze, für die es Material beispielsweise gibt. So, das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, wir imitieren die Optik von solchen Schriften und dann kann das ruhig einfach so eine Blockschrift sein in Versalien, das kann eine Schreibschrift sein. Das ist erstmal zweitrangig. Es geht grundsätzlich darum, diese Optik zu imitieren. Und wie machen wir das jetzt? Der Grundsatz ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir nehmen unser Wort und gehen dann einmal durch das Wort durch, indem wir das zuerst normal schreiben. Das heißt, praktisch genau wie hier oben, schreibe ich einmal alle Buchstaben durch. Und das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Wir haben jetzt hier so eine schöne Monoline-Optik, auch schick, aber jetzt wollen wir das Ganze ja verbreitern. Was machen wir also? Wir machen ganz einfach einen zweiten Durchgang. Das heißt, wir gehen jetzt überall dort, wo wir eigentlich Abstriche hätten, das heißt, wo wir den Stift von oben nach unten ziehen würden, und wenn wir einen Brush Pen nutzen würden oder eine Feder, dort ziehen wir die Linien breiter. Das heißt, ich starte hier zum Beispiel bei dem H, verbreite das ein bisschen, bei dem nächsten hier auch. Dann habe ich beim A diesen zweiten Teil, der mein Abstrich wäre. Man kann das hier oben sehr schön vergleichen, man sieht genau, wo was ist. Das ist natürlich der Vorteil, wenn wir einmal hier so ein Beispiel haben, das L, das nächste L. Und zu guter Letzt machen wir das Ganze nochmal beim O. Da achten wir darauf, dass wir hier schön diese Linie mitgehen und auch einen schönen Übergang bekommen von feiner Linie zu breiter Linie. Das war jetzt erstmal gar nicht so schwer. Das heißt, bei solchen Blockschriften, Druckschriften, ist das eigentlich recht gut zu machen. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt hier bei so einer Schreibschrift umsetzen können. Auch hier schreiben wir erstmal das Wort einmal komplett mit dem ganz normalen Stift. Auch hier finde ich, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Das ist dann der Vorteil, wenn man das zum Beispiel in meinem Online-Kurs Schritt für Schritt gelernt hat, dann sieht auch die Monoline-Schrift so schon ganz schick und dynamisch aus, aber wir wollen jetzt ja die Optik von hier oben imitieren. Gleiches Spiel wie eben, nur dass wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen müssen, weil wir ja hier verbundene Buchstaben haben. Wir gucken, wir hatten hier den Aufstrich, dann geht es in den Abstrich. Also gehen wir hier rüber und machen genau das Gleiche. Dann haben wir hier den Abstrich, dann haben wir das beim A und so gehe ich jetzt hier einmal alle Abstriche durch. Du kannst sie immer noch wunderbar vergleichen, wenn du das eben noch nicht im Handgelenk hast, wenn du es noch nicht gelernt hast, denn genau das ist ja, was man beim Brushletting lernt, zu wissen, wann, wo werden Abstriche und Aufstriche gesetzt und jetzt entsteht dadurch diese schöne Optik. Und wenn man jetzt von oben drauf schaut, dann sehen die gar nicht mehr so unterschiedlich aus. Na klar, wir haben ja noch unterschiedliche Größen und eine leicht veränderte Farbe, vielleicht unterschiedliche Farbe, aber wenn man jetzt den gleichen Stift nehmen würde, dem gleichen Farbtank, wäre das Ganze noch ähnlicher. Und das ist schon mal der erste Grundsatz. Wir haben jetzt mit einem Stift, der eine feste Spitze hat, quasi hier ein Brushlettering oder zwei Brushletterings imitiert. So weit, so einfach, möchtet ihr denken, aber der Teufel liegt wie immer im Detail und spätestens, wenn ihr das Ganze jetzt selber umsetzt, dann würde euch auffallen, dass das eben doch nicht immer so einfach ist. Hier bei der Druckschrift klappt das in der Regel relativ gut, auch dort gibt es Ausnahmen, aber vor allem, wenn es jetzt um die verbundenen Schriften, um die Schreibschriften geht. Da lauern dann so ein paar Gefahren und genau die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Im Prinzip gibt es zwei große Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, wenn wir solche Schriften umsetzen. Und zwar zum einen wollen wir die filigranen Bereiche der Schrift erhalten, das heißt gerade hier diese kleinen Übergänge, wenn wir von Abstrich in Aufstrich gehen zum Beispiel, und wir wollen dafür sorgen, dass der Buchstabenabstand immer gleich bleibt oder sehr harmonisch weiterhin ist. Und genau das gerät in Gefahr, wenn wir jetzt einfach wahllos unsere Buchstaben verbreitern. Ich zeige das mal in einem Beispiel, vor allem erstmal die filigranen Buchstaben. Dazu nehmen wir uns mal ein a und ein n, das heißt, ich schreibe das Ganze erstmal in Monoline vor, das heißt, so wie wir es jetzt gelernt haben. Jetzt verbreitern wir die Abstriche, machen das hier, das funktioniert ganz gut und hier funktioniert das im zweiten Abstrich auch noch ganz gut, aber nur weil ich jetzt auch hier schon so ein bisschen so einen größeren Bogen gemacht habe. Kann man sagen, okay, funktioniert, wir haben das beides nach rechts verbreitert, das ist schon mal die richtige Herangehensweise, nehmen wir doch mal ein n. Auch hier habe ich ein bisschen darauf geachtet, dass hier Platz ist, also verbreitern wir auch das einmal nach rechts und du siehst schon, hier entsteht ein Problem. Die zweiten Teil kann ich auch nochmal eben machen und genau das ist der Punkt hier, der jetzt schwierig wird, weil wir den Buchstaben nach rechts verbreitern. Das macht Sinn, immer in die gleiche Richtung zu verbreitern, damit wir nachher einheitlich wieder von den Abständen sind, aber wir verlieren hier diesen schönen filigranen Bereich, der ja eigentlich quasi wie beim Haar aussehen soll. Das heißt, wir wollen ja eigentlich, dass das Ganze wie bei einem Brush-Stattering richtig schön so ein feiner Übergang ist. Und den haben wir jetzt kaputt gemacht. Dann überlegt man sich, okay, was kann man machen? Ja gut, dann machen wir hier halt den Abstrich auf der anderen Seite. So, dann hätten wir ihn einmal links, einmal vielleicht rechts und dann klappt das schon wieder etwas besser. Dann haben wir hier unseren schönen feinen Übergang und können hier fein rüber gehen. Sieht deutlich besser aus als dieser gedrängte Buchstabe hier. So leicht ist es dann leider immer doch nicht, denn sobald wir diese Buchstaben im Verbund haben, wird auch das wieder schwierig. Wir können das Ganze vorher nochmal an einem weiteren Buchstaben testen, wo viele Faktoren aufeinander kommen, und zwar bei einem Haar. Da mache ich das nämlich auch nochmal so. Ein schickes Haar, ohne Frage. Das heißt, ich mache jetzt hier meinen Abstrich rein und es passiert genau das Gleiche wie beim N. Hier unten passt das nicht. Ich nehme den Buchstaben Luft und Dynamik. Es sei denn, ich würde jetzt hier unten schmaler werden. Das ist aber dann von der Optik nicht ganz richtig, weil das macht ein Brush Pen ja prinzipiell erstmal auch nicht. Wenn ich das ausfülle, sehen wir uns noch deutlicher, was hier passiert. Wir haben das gleiche Problem. Gut, was ist die Lösung dafür? Wir müssen nicht in Wörtern denken und auch nicht in Buchstaben, sondern wie so oft beim Handler-Jing, wir müssen in Strichen denken. Das heißt, wir werden unser Wort jetzt nicht komplett vorschreiben, wie bei dem Hallo hier, sondern wir werden Buchstabe für Buchstabe bzw. Strich für Strich vorgehen und die Fokaligrafie sofort auf dem einzelnen Strich anwenden. Das ist eine sehr universelle Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen. Wie könnte das aussehen? Ich schreibe das Wort Hallo noch einmal vor. So, normalerweise haben wir jetzt das Problem, wenn wir den Buchstaben deutlich verbreitern, das heißt eben nicht nur mit so einer einfachen feinen Linie, sondern wirklich das so haben wollen wir hier, richtig deutliche Fokaligrafie, dann ist jetzt quasi das schon zu spät. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, diese breiten Linien zu machen, zack, dann passiert das, dass es manchmal funktioniert, wie beim A, wie hier oben, aber beim L zum Beispiel nehmen wir uns ganz viel von Buchstaben, weil hier auch unsere Punze sehr klein wird, hier auch beim H sowieso, das haben wir schon gesehen, und beim O würde es wieder funktionieren, da haben wir mit dem Wort ein bisschen Glück. Um das Ganze jetzt aufzulösen, gehen wir wie folgt vor, ein H zum Beispiel besteht ja nicht nur aus diesem kompletten Buchstaben, sondern eigentlich aus zwei Einzelteilen. Das heißt, das H besteht prinzipiell aus diesem Strich, dann setzen wir den Stift ab, und dann kommt dieser zweite Strich. Genau so lernt man das im Brush Lettering, und wenn man jetzt mit dem Brush Pen arbeiten würde, das ist ja das Spannende an der Sache, das kann ich hier auch nochmal zeigen, dazu gehen wir einmal nach oben. Wenn ich mit dem Brush Pen arbeiten würde, würde ich das wie folgt machen, ich mache diesen ersten Strich, setze hier ab, und dann setze ich hier ja neu an, so ein bisschen versetzt, und das ist genau der Moment, auf den wir achten müssen bei der Focaligraphy, den wir uns nämlich sonst kaputt machen, dieses Absetzen. Das müssen wir im Prinzip an dieser Stelle auch imitieren, genauso wie wir die Strichstärke imitieren. Und indem wir jetzt wissen, dass wir diese beiden Linien haben, können wir folgendes machen. Wir machen den ersten Teil, können hier auch gerne ein bisschen ausladender arbeiten, das heißt, unsere Punze ein bisschen größer machen, und ziehen dann schon unseren Abstrich nach. Dann können wir das hier unten auch noch verbinden, und starten jetzt hier wieder neu. Das heißt, ich würde von hier rüber gehen, dann hier schon mal zum nächsten Buchstaben, und jetzt habe ich hier richtig schön filigran diese Lücke, so wie sie sein sollte. Ich kann dann auch hier für den nächsten Strich einmal die Focaligraphy ergänzen, und dann geht es weiter. Bei meinem A muss ich in dem ersten Teil, das heißt, in dem Kreis, nicht so sehr darauf achten. Ich ergänze das Ganze. Und jetzt macht es schon wieder Sinn, darüber nachzudenken, was kommt denn als nächstes, um meinen Buchstaben Luft zu geben zum nächsten Buchstaben. Das heißt, ich weiß ja jetzt, hier kommt gleich noch ein Abstrich hinzu, das heißt, ich nehme hier vielleicht einfach ein bisschen mehr Abstand in Kauf, bevor das L kommt. So, dann kann ich auch hier das Ganze verbreitern. Beim L achte ich wieder darauf, dass ich gleich ein bisschen ausladend arbeite, und so gehe ich jetzt einmal das Ganze nicht Buchstabe für Buchstabe, sondern wirklich Strich für Strich durch. Und so sieht unser Hallo gleich noch ein bisschen schicker aus, weil wir vor allem jetzt beim H eben diesen Bereich beachtet haben. Das fällt noch doller auf, wenn man das Ganze jetzt einmal ausmalt. So, so sieht das Ganze doch richtig gut aus und könnte auch aus einem Brush Pen gekommen sein. Das war jetzt die eine Möglichkeit, das Ganze zu lösen. Das ist auch die universelle Möglichkeit, das zu lösen, mit der du sehr flexibel bist und eben auch solche offenen Focal-Kalligrafie-Schriften umsetzen kannst. Und so könnt ihr dann euren eigenen Stil wunderbar einbringen, das mal breiter machen, schmaler, vielleicht ausfüllen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber vorher gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das Ganze zu lösen, die ein bisschen einfacher ist, weil sie sehr schnell gemacht ist. Dazu nehme ich mir jetzt mal einen kleineren Stift, und zwar so ein Fineliner. Schreibe mir wieder das Wort Hallo einmal vor. Das heißt, hier kann ich wieder das ganze Wort schreiben und dann die Focal-Kalligrafie ergänzen. Und was mache ich hier jetzt? Anstatt zu sagen, ich verbreite immer nach links oder rechts meine Linien, verbreitere ich sie gleichermaßen nach links und rechts. Somit bin ich sicher, dass am Ende der Abstand in alle Richtungen auch wieder gleichmäßig ist. Und indem ich nur so eine kleine Korrektur vornehme, brauche ich auch nicht so sehr darauf achten, dass mein Buchstabe genauso filigran ist, beziehungsweise habe ich nicht das Problem, dass ich diese filigranen Stellen kaputt mache. So verbreite ich im Prinzip die Linie einfach nur so ein bisschen in beide Richtungen, fahre die fast nur nach. Und wie man sieht, entsteht damit auch wieder genau diese Optik. Und das Ganze ist sehr nah angelehnt. Als hätte ich jetzt einen feinen Brush Pen mit einer kleinen Spitze genutzt. Und so sieht das Ganze dann aus. Als wäre das aus einem kleinen schwarzen Brush Pen gekommen, zum Beispiel hier aus dem Tombow Fotonoske mit der harten Spitze, obwohl wir das Ganze jetzt mit einer festen Fine-Liner-Spitze gemacht haben. So weit, so gut. Dann schauen wir uns abschließend noch mal an, wie du jetzt mit dieser Fokaligrafie noch ein bisschen flexibler bist, was die Stile angeht und warum das Ganze eine so schöne Technik ist. Denn diese Buchstabenräume, die hier entstehen, die sind natürlich wunderbar geeignet, um sie zu verzieren. Zum einen seid ihr flexibel in der Größe dieser Buchstabenbreite, in dieser Buchstabenstrich stärken. Und zum anderen könnt ihr das Ganze wunderbar ausmalen. Wir machen mal wieder unser Haar, weil wir das jetzt schon ein paar Mal genutzt haben. Denken dabei an unsere Technik, dass wir hier so ein bisschen den Platz lassen. Zack. Machen wir hier so einen richtig breiten Buchstaben daraus. Und das Coole ist jetzt, ihr könnt den Buchstaben mit allen möglichen Dingen füllen. Zum Beispiel der Klassiker einfach mit so ein paar Linien parallel zueinander. Und es entsteht wieder so ein ganz eigener Buchstabenstil. Dann kann man das Ganze natürlich ausfüllen, so wie wir es hier oben gemacht haben, um wirklich diese Brushpen-Optik zu bekommen. Aber man kann auch das Ganze zum Beispiel mal punkten und bekommt wieder einen ganz anderen Look. Und als dritte Variante können wir nochmal was ausprobieren. Und zwar, dass wir nur so ein bisschen Platz in den Buchstaben lassen. Das heißt, wir füllen hier nicht ganz aus wie hier, sondern lassen so eine kleine weiße Linie. Die könnte man auch nachträglich mit einem Gelroller auftragen. Aber auch so ist es eine Möglichkeit, den Buchstaben wieder eine andere Anmutung zu geben. So haben wir jetzt drei wirklich coole, unterschiedliche Buchstabenstile, die ihr natürlich noch durch Farben und weitere Techniken erweitern könnt. Es gibt aber noch ein letztes Problem, das hier vielleicht auffällt. Und zwar sind das diese Übergänge. Wenn man einen Buchstaben quasi durch seine eigenen Linien einlaufen lässt, wie zum Beispiel beim Haar, dann haben wir hier diesen Schnittpunkt und dort sieht man natürlich diese erste Linie. Das ist hier oben nicht so schlimm, da dort das Ganze natürlich ausgemalt ist. Deswegen sieht man es nicht mehr. Aber immer, wenn ihr mit so offenen Innenräumen arbeiten wollt, dann wird das natürlich ein Problem. Und auch dafür gibt es natürlich wie immer eine Lösung und auch die möchte ich euch noch einmal kurz zeigen beziehungsweise zwei Möglichkeiten, wie ihr da herangehen könnt. Die erste, mal ganz pragmatisch und einfach ist natürlich, dass ihr einfach einen Bleistift nehmt. Dann könnt ihr nämlich euer Haar einmal vorzeichnen und auf Basis dieser Vorzeichnung das Ganze dann mit dem jeweiligen Stift ausfüllen und direkt darauf achten, dass ihr eben diesen Bereich ausspart. Das heißt, man kann wunderbar gucken, wo sind diese Bereiche. Man kann auch hier direkt den unteren Bereich richtig ziehen und sich das Ganze dann so perfekt zurechtlegen. Und so sieht das Ganze dann aus und es wäre, als würde unsere Linie hier hinter den Buchstaben laufen. Deutlich schöner. Und die andere Variante resultiert so ein bisschen daraus, wenn man das öfter macht, dann weiß man irgendwann, wo man ungefähr diese Punkte hat, also wo sich Linien kreuzen, bei welchen Buchstaben und dann kann man das auch bei den einzelnen Strichen schon wieder berücksichtigen. Das heißt, wenn wir jetzt unser Haar beispielsweise machen, können wir natürlich so etwas hier machen, dass wir hier mit der Linie starten, dann hier oben weitergehen, dort herunter, dann wissen wir wieder, wir haben hier diesen Bereich und gehen dann von dort einmal in die nächste Linie und dann können wir jetzt auch unseren Abstrich richtig vervollständigen. So. Das Ganze wird dann ein bisschen kleinteilig und manchmal nimmt es auch so ein bisschen den Flow heraus, aber wenn ihr ein bisschen übt, werdet ihr für jeden Buchstaben so ein Gefühl dafür kriegen, wo man solche Techniken nutzen kann oder wo man das Ganze dann lieber mit dem Bleistift macht und bei welchem Wort das Ganze vielleicht nützlich ist. Soviel zu diesem letzten Punkt. Abschließend möchte ich mit euch noch einmal ein kleines Focaligraphy-Alphabet der kleinen Buchstaben durchgehen. Dann habt ihr schon mal den Eindruck, wisst, wie jeder Buchstabe so ungefähr aussehen könnte und könnt das dann auf eure eigenen Schriften anwenden. Bis zum nächsten Mal. So, ich denke, mit diesem Alphabet seid ihr wirklich super gewappnet. Wenn ihr das Ganze jetzt noch mal als richtige Übungsvorlage haben wollt, mit dem kompletten Alphabet zum Nachziehen auch, das heißt nicht nur selber schreiben, sondern erstmal die Linien nachziehen, dann findet ihr auf meinem Blog natürlich das passende Vorlagenpaket, wenn ihr euch für die Händler-Chain-Post anmeldet. Das Ganze gibt es als Begrüßungsgeschenk dazu. Das könnt ihr euch ausdrucken und dann könnt ihr wunderbar die Focaligraphy an eben diesen Buchstaben üben. Das Ganze ist natürlich nicht immer so einfach, wie es klingt. Da gehört Übung dazu und es wird auch Buchstaben geben, die euch zur Weißglut treiben, wo man dann echt mal ein bisschen hin und her probieren muss. Aber das Ganze gehört auf jeden Fall dazu. Und am Ende könnt ihr stolz auf euch sein, dass ihr daraus eigenes entwickelt habt. Ich wünsche wie immer ganz viel Spaß beim Nachmachen, Mitmachen und beim Lettern und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.